Die Evolor-Tasse ist und bleibt ein Klassiker. Die Fototasse gibt es neu mit Thermoeffekt. Ich zeige euch heute die Eigenschaften der Foto- und Zauberfototasse. Für beide Tassen stehen euch eine Vielzahl an Gestaltungsvorlagen zur Verfügung. Ihr könnt die Tasse mit einem Bild oder mit einem Panoramafoto bedrucken. Die Tasse ist jeweils aus Keramik und 9,5 cm hoch. Der Durchmesser beträgt 8 cm und das Füllvolumen 300 ml. Die traditionelle Fototasse ist spülmaschinenfest. Die Zauberfototasse solltet ihr von Hand waschen, damit ihr lange Freude daran habt. Das Besondere an der Zauberfototasse, euer Fotodruck erscheint erst mit einem Heissgetränk. Wenn ihr eure Lieben eine besondere Überraschung bereiten wollt, dann ist die Zaubertasse genau das Richtige für euch. Zunächst recht unscheinbar, offenbart die Zaubertasse erst beim Einfüllen eines heissen Getränks ihr wahres Gesicht. Denn dann erscheint langsam euer Foto auf der Tasse. Die Tassen sind so individuell wie ihr. Mit eurem Lieblingstier, einem Foto eures Lieblingsmenschen oder einer Reiseerinnerung. Gutschein mal anders. Statt einer klassischen Gutscheinkarte könnt ihr eine Zaubertasse mit passenden Fotos und Text gestalten. So könnt ihr zum Beispiel einen Gutschein für einen Fotokurs oder ein tolles Erlebnis kreativ in Szene setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine zauberhafte Zeit und bis bald im MiFolo Studio.